Borussia Dortmund konnte den SC Freiburg im Freitagsspiel mit 3 zu 0 verdient besiegen und das Ganze war der wohl spielerisch beste Auftritt bisher im Jahr 2024, auch wenn man ansonsten von den Ergebnissen her auch gut gepunktet hat. Aber warum das gerade spielerisch ein deutlich besserer Auftritt war und man den SC Freiburg dominieren konnte, dank einem verbesserten Spielaufbau, zeige ich euch in diesem Video. Zunächst einmal hat man im tieferen Aufbau bei hohem Pressing das SC und das haben sie zunächst vor allem zu Beginn der Partie häufig getan, in einem 4-2 aufgebaut in der regulären Formation, man hat ja 4-2-3-1 gespielt, dementsprechend war da eben die Viererkette und davor die beiden Sechser mit Can und Sabitzer. Hat man es geschafft das gegnerische Pressing zu überspielen, ging man im höheren Ballbesitz dann in einen 3-2 Aufbau über, Auslöser hierfür war dann immer Emre Can, der sich als Sechser dann fallen lassen hat zwischen die beiden Innenverteidiger, somit hatte man dann hinten in der letzten Kette eben 3 Mann. Und somit machte Can dann dem Linksverteidiger Marzen Platz im Zentrum, den dieser invers agierend auffüllen konnte, um dann eben die zentrale und vor allem größere Verantwortung im Spielaufbau zu übernehmen, die ein Can jetzt nicht so perfekt ausüben kann, wie ein Marzen es zuletzt und auch in dem Spiel wieder gemacht hat. So weit, so gut waren das jetzt schon eher Muster, die man das ein oder andere Mal schon auch unter Edin Terzic beim BVB gesehen hat, aber vor allem hat es in dem Spiel so gut geklappt, da vor allem offensiv den Spielern passende Rollen im eigenen Ballbesitz zugeordnet wurden. Also ich gehe es gleich bei den einzelnen Spielern durch, aber was es eben bedeutet ist, dass die Spieler genau dort spielen, wo sie ihre Stärken am besten einbringen können und was halt eben die idealste Position für ihren Spielertypen jeweils ist. Von hinten nach vorne habe ich ja bereits angesprochen, ein Emre Can dann eben als zentraler Innenverteidiger, der da das ganze Spiel vor sich hat, was ihm deutlich eher liegt und dadurch auch deutlich weniger Verantwortung im Spielaufbau übernehmen muss, da er eben in der ersten Linie agiert und nicht in der zweiten. Dadurch konnten dann aber genau in dieser letzten Linie sowohl Süle als auch Schlotterbeck ihre Stärken deutlich besser ausspielen, da diese dann ein bisschen weiter außen spielen konnten, da Can eben im Zentrum war, somit waren sie dann beide eher im Halbraum und konnten als Halbverteidiger wirklich auch gute Pässe nach vorne spielen. Auf die anderen Spieler, die da häufig gut positioniert waren, zu denen wir jetzt noch kommen, wie gesagt, Sabitzer war regulär dann ein Sechser, also zentral vor der Dreierkette hinten, genauso wie Ian Marzen, der häufig eben invers agiert hat, ins Zentrum eingeschoben, neben Sabitzer und da wirklich, was das Kreativ- und das Aufbauspiel angeht, einen überragenden Job leistet. Dann hattest du eben links den nominellen Flügel mit Beino Gittens isoliert als Breitengeber, was wirklich perfekt für seine Spielweise ist, der ist da eben dann häufig, wenn man es verlagern kann, in einem 1 gegen 1 gegen einen gegnerischen Außenverteidiger und das passt perfekt zu seinem Profil. Während auch rechts die Breite besetzt wurde von einem Spieler, der das durchaus gut machen kann, mit Julian Riason, der eigentlich als Rechtsverteidiger gestartet ist im Spiel und auch, wenn der Gegner den Ball hatte, aber im eigenen Ballbesitz dann hochgeschoben ist, um rechts auf dem Flügel zu sein. Dadurch konnte aber der rechte Flügel mit Malen, der eigentlich im Zentrum, wie ich finde, deutlich besser aufgehoben ist, in den rechten Halbraum rücken, während der 10er Reus so in den linken Halbraum konnte, aber eigentlich die Rolle meist recht frei interpretiert hat, auch mal rechts war und überall auf dem Feld seine Kreativität aufblitzen lassen hat und so auch das Spiel positiv beeinflussen konnte. Und zentral vorne drin hattest du dann Füllkrug als Zielspieler, der das wirklich gut ausgeübt hat, in dem Spiel wieder eine super Performance abgeliefert hat, wie ich finde, ich verstehe die Kritik in letzter Zeit auch nicht, also auch als er nicht getroffen hat, war er für mich ein wichtiger Bestandteil des Dortmunder Spiels und hier hat er nominell zwar als alleinige Spitze agiert, aber je nachdem hat er sich auch ein bisschen verschoben, wenn Reus sich mal fallen lassen hat, dann war Reus eher der 10er und Füllkrug hatte dann so eine Art Doppelspitze mit Malen und genau das hat ja auch gut funktioniert bei den Toren, bei den ersten beiden ist es jeweils Füllkrug, der für Malen auflegt und das dritte erzielt dann eben Füllkrug als Zielspieler nach einer super Marzenflanke, den man hier erneut loben muss. Freiburg hingegen hat in einem 4-2-3-1 verteidigt, häufig aber auch Mann gegen Mann über den ganzen Platz und dieser Mannbezug ist ja relativ schwer aufzulösen, wenn man da der Gegner ist, aber den BVB ist es tatsächlich relativ gut gelungen. Ja, es war jetzt auch nicht das überzeugendste Spiel, aber im Vergleich zu den letzten Auftritten war das schon echt gut und mit der veränderten Variante war das für das erste Mal auf jeden Fall ein guter Auftritt und so konnte der BVB gerade mit diesen Positionsrotationen im Wechsel zwischen der Formation gegen den Ball und mit dem Ball den SC häufig überspielen und so dann ins letzte Drittel kommen und Gefahr erzeugen. Abschließend kann man sagen, dass auch wenn es gegen ein sehr verletzungsgeplagtes Freiburg ging, ich meine die haben gefühlt keine Innenverteidiger mehr, war dies nicht zufällig der überzeugendste Auftritt in dem Jahr 2024 und die Entwicklung von langer Ball auf Füllkrug und ansonsten recht wenig spielerische Elemente zu einem doch eher deutlich kontrollierteren, wenn auch noch nicht perfekten Aufbau war klar zu erkennen und es waren auf jeden Fall positive Zeichen, die mich positiv stimmen für die Zukunft, auch wenn man es jetzt noch nicht allzu hoch hängen sollte. Dementsprechend ein Lob, wer auch immer dafür verantwortlich ist, von den Co-Trainern oder Terzic selbst, aber auf jeden Fall hat es funktioniert und dementsprechend kann man da vorerst zufrieden sein. Das soweit meine Analyse zum Spiel des SC Freiburg bei Borussia Dortmund. Schreibt mir gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare, seht es ähnlich wie ich, habt ja noch andere Erkenntnisse, schreibt es gerne unten rein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!